Hey Leute, heute zeige ich euch das App Cradle. Das kennen vielleicht einige von euch. Also ihr habt diese 5 Kugeln. Ja, und das ist recht simpel. Die eine schlägt die andere an und so entsteht eine Kettenreaktion. Ihr könnt aber auch lustige Sachen machen, zum Beispiel das hier. Ihr könnt die Kugeln verändern, zum Beispiel hier Ostereier oder Herzen. Dann gibt es mein Favorit, die Weihnachtskugeln, die finde ich persönlich ziemlich schön. Naja, und ihr könnt dann auch noch... Also, die Kugeln können sich auch überschlagen. Das schaffe ich jetzt nur gerade nicht. Also, es ist ein lustiger Zeitvertreib. Macht einfach nur Spaß. Wie gesagt, kostenlos. Und man verfällt in eine Art Trance, wenn man zusieht. Ähm, naja, das war's. Wie gesagt, sehr witzig, dieses App. Und deshalb spricht nichts dagegen, sich das runterzuladen. Das war's wieder von mir. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.